You can never be ready Samu Haber Frontmann der Band Sunrise Avenue Du Sag du Der berühmteste Finner im deutschen Fernsehen You can never be ready Warum findet ihn eigentlich jeder so toll? Ich finde es raus für euch und zwar jetzt in Kika live Come on Yeah yeah Hey Hey Moin Moin zu Kika live Ich hab mir heute mal den Finnen geschnappt, der gerade in aller Munde ist Er ist der It-Man schlechthin im deutschen Fernsehen gerade Und deshalb natürlich auch bei uns in Kika live Seine Band Das sind Sami Riku Raoul Und natürlich Samu Zusammen sind sie Sunrise Avenue aus Finnland Weißt du was wir über die Finnen sagen? Die Spinnen die Finnen Die Spinnen die Finnen Was ist Spinnen? They are crazy Wir sind total crazy Craziest thing I ever did in Finnland Yes Die Top 200 list Die Top 200 list I have to take away Because this is ein bisschen zu schmutzig Oh oh Really? Don't go to Finnland Kennst du die Handy-Weitwurf-WM? Cellphone-Throwing Cellphone-Throwing Oh Vorsicht Have you been there? Boot-Throwing Und Wife-Carrying Yes Und Air Guitar World Cup I've heard of it Das hast du gemacht Bist du World Champion? Nein Leider nicht Get out of here Sami Du bist der Frontmann von Sunrise Avenue Leadsinger Aber Leadsinger In a way In a way Viele Sänger entscheiden sich für eine Solo-Karriere Wenn sie so herausstechen wie du gerade Hast du jemals darüber nachgedacht? Ich habe eine kleine Überraschung für dich Was könnte es sein? Hast du jemals Rentier gegessen? Of course It's really good You should try it It's really really good Ich hab's mal probiert But it's really good Surprise Überraschung Wow Überlassung Überraschung Ich dachte dir als Finne könnte das gefallen Yes Was heißt Sauna auf Finnisch? Sauna auf Finnisch heißt Sauna? You wanna try it? Ja Sauna Sauna So This is like Auto In Deutschland Kindergarten Kindergarten Oder Auf Finnisch Ihr könnt auch sagen Besserwisserri Oder Komposti Komposti Besserwisserri heißt das? Besserwisserri Und bloß nicht drinnen laufen, dann wird es noch heißer. Ich liebe es hier draußen. Machst du viel Sport? Nicht zu viel, aber es macht dich gut, es macht dich gesund. Sport ist gut für dich. Mach Sport. Dr. Haber kann Power für Deutschland hermachen mit diesem Wasserapparat. Das ist so cool. Nice. For free. Kostet nichts. Was magst du am liebsten an dir und deiner Band vor allem, wenn ihr Musik macht? Sunrise 70 Band ist nicht nur ein Birthday Cake. Es ist die ganze Table full of different sweets. Songwriting, recording songs, performing songs, the trips, the people, the fans, everything. Was für ein schönes Bild. Yeah. But I eat too much birthday cake. Tarte. Tarte? Ja. Kuchenne. 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 No, not really. So, let's start. Als Kind wollte ich immer sein. A fireman. First, when I was really young. Feuerwehrmann. Mann nicht. Mit einem Feuerapparat. Mein Lieblingsfach war? In school. At school my favorite subject was music and sports. And English. I hated everything else. Pretty much. Finnish. I mean my mother language. Okay. I didn't like school. But please. No. If you hard work at school, then someday you'll be really happy and your mama and papa can be really proud. And then you don't have to start a band like me because I had no other choice. Come on. Next one. An Finnland liebe ich? About Finland, I love the people, of course. This is why it's my home. The finnischen Leute sind strange, aber geil. Nice. Next one. Einen Tag lang würde ich gerne tauschen mit? For one day I would like to change life with you. Really? Because then I would go to a club or a bar with your friends, the girls. And then I would go to the girls' room with the other girls to see what you do there. To see what happens there. Only for that. Alright, next one. Ein absolutes Fashion-No-Go ist? Socks with Sandals. Wirklich? Das trinkt man doch gerade. An absolutes No-Go ist Socks with Sandals. That's like, if you have Socks with Sandals, it's game lost. Oh really? Yes. Disgusting. Musik ist? Music is the thing that comes through the headphones or the speakers. Fair enough. The fans are crazy and I don't understand where they get all the power to do all the beautiful things they do to us, but please don't stop. There was two very, very cute girls, maybe 14, 15, and they said that they met at the concert. The other ones, hey, you have a Sunrise Avenue shirt. Are you a fan? Yeah, me too. And then they have new friends. I think this is the biggest power in music if you bring people together. Nice. Last one. Behind every single Sunrise Avenue album, there's a lot of sweat, tears, fights, but also happiness, joy and smile. You can never be ready. You're a band. Deine Band gibt es schon seit vielen Jahren, aber euer Durchbruch kam erst 2006 mit Fairytale Gunbad. Was war an dem Song so besonders? What was so special about that song? Well, I think it was something a little new. It's like, you know, pop combining rock and it was a really brave. Jukka Backlund, vielen Dank Jukka für die Produktion. Diese... This is the end, you know, lady the plans we had went all wrong. Hollywood Hills war auch einer der bekanntesten Songs oder ist einer der bekanntesten Songs. Beide auch auf dem Best-of-Album. Fairytales. Ja. Glaubst du an Fairytales, an Märchen? Das Leben ist ein Fairytale. You can never be ready, it's the newest single. I can be ready. Sometimes our hearts get broken. We keep them open. Cause when it comes, you can never be ready. What is it about? You can never be ready is a song about these moments. Your heart is broken, maybe you meet somebody then you're like, oh oh, I don't want to do this. Or maybe it hurts again or whatever. It's a message like you can never be ready for the thing that love brings to you. But just go ahead, love back and live life. Okay. Ding, ding. Let it all out and dive. Deep in, don't worry. Go all the way, no fear. Don't hide, it's over. You must feel lost and kind of scared to let go. Bring all your scars and jump right in. Here we go. Because sometimes our hearts get broken. But keep them open. Cause when it comes, you can never be ready. Hold on. You can't let go now. Cause this is your time. Baby, hold the line. You can never be ready. I've been there too. You know. And it made me hurt. I thought I would die. But hey. Still here. I'm still breathing. I fell so hard. It messed me up. To the bone. But I'm not scared. No, I want more. Here we go. Cause sometimes our hearts get broken. But keep them open. Cause when it comes, you can never be ready. Hold on. You can't let go now. Cause this is your time. Hold the line. You can never be ready. Nice. I love it. Oh my gosh. I love your voice. It's incredible. Thank you so much. Lovely. Ah. Da ist er auch schon wieder weg. Der Samo. Und was denkt ihr zu Hause? Ist der wirklich so sympathisch und so toll wie ihn jeder findet? Also ich finde, ja. Er ist toll, er ist nett, er ist spontan, er ist lustig und er macht sehr, sehr schöne Musik. Und wer kann schon von sich behaupten, dass er mit Samo mal in der Sauna gesessen hat? Also ihr findet wie immer alle Infos unter KikaLive.de auch zu Samo. Und da könnt ihr euch das Interview auch nochmal anschauen. Also bis morgen in KikaLive. Tschüss. Tschüss. Adu superpower. Off Tokyo. D